Wir kümmern uns bei der ETABO um Innovationsthemen, da sich die Energiebranche ständig wandelt und wir uns natürlich mit verändern müssen und am besten immer einen Schritt voraus sind. Das Trendradar, das bildet verschiedene Trends ab, das bietet die Möglichkeit einen guten Überblick über die aktuelle Marktsituation zu bekommen und hilft uns dabei den aktuellen Markt einzuschätzen. Das Innovationsteam bei der ETABO besteht aus jungen Mitarbeitern, die aus verschiedenen Abteilungen zusammenkommen, die sich freiwillig an dem Thema beteiligen können und möchten, sodass wir eine möglichst große Kreativität in dem Team haben. Die Azubis können sich bei uns freiwillig an den Themen beteiligen, da wo sie Interesse für haben, können sie einfach dazukommen, mitarbeiten, bringen immer frischen Wind in das Team, neue Ideen und das Wichtigste ist, die haben noch keine Betriebsblindheit. Vielen Dank.